Viele Menschen möchten gerne abnehmen, doch verlieren schnell die Freude daran. Diese drei Sportarten sind nicht nur effektiv, sondern machen auch Spaß. Laufen gehört zu den beliebtesten Sportarten. Kein Wunder, es kostet nichts und man kann den Sport überall ausführen. Hörst du gleichzeitig Musik, kannst du dich im Rhythmus deiner Lieblingssongs bewegen. Mit Musik macht doch alles gleich viel mehr Spaß. Eine Person mit 70 Kilo verbrennt bei einer Geschwindigkeit von 8 kmh über 400 Kalorien pro Stunde. Ebenso viel Spaß macht es, beim Spinning zu motivierenden Beats in die Pedale zu treten. Es ist eine effektive Methode, um zusätzliches Körperverdruck zu reduzieren. In 40 Minuten werden etwa 400 bis 600 Kalorien verbrannt. Spinning ist für jede Altersgruppe und jedes Fitnesslevel geeignet. Genauso wirksam ist intensives Brust- oder Kraulschwimmen. Innerhalb einer Stunde verbrauchst du bis zu 700 Kalorien. Generell ist Schwimmen sehr gesund. Es stärkt deinen Herzmuskel sowie dein Immunsystem und verbessert die Durchblüge.